So, da wollen wir mal wieder hier ein bisschen Velfront spielen. Bisschen Helden gegen Schurken. In wen spiele ich überhaupt? Das hab ich schon wieder nicht gepickt. Doch, hab ich. Ich hab ein Solo. Okay. Ha, ein Solo. Aber das ist echt nice. Also, Ray und Luke und... Ich geh außen rum. Roman, Roman, Roman. Aber Leute, hier ist doch Darth Vader. Der ist doch unser Ziel. Müssen wir doch eh... Läuft. Achtung, Wirtius da. Everardo ist down, ich bin auch down. Okay, alles klar. Dafür ist... Da wird er auch schon ein bisschen angehittet. Eine Kackgranate. Das wär echt ekelhaft. Alter, der blockt sich aus dem ganzen Weg weg. Der ist echt so heftig. Der ist halt echt krass. Der blockt und die Mauer steht. Da kommst du nicht durch. Ich merk gerade, dass wir nicht mehr auf der dunklen Seite spielen. Aber... Boss down. Ja. Jetzt hat hier nur einer, einer, einer... Nein, der kommt doch mal! Armin! The Emperor is finished! Now, now, you will die! Ne, das wird nix. Ich bin jetzt das nächste Ziel und ich bin ganz allein auf der Map. Das gefällt mir schon mal sehr. Das ist gut. Ich bin mal bei Jabba's Palast, also bei ihm im Thronsaal. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Hallo! Ich wollte mich mal anmelden. Leute? Hallo? Hallo? Hilfe, 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 Hilfe! Leute, ich bin tot. Das wird nix mehr. Das wird nix mehr. Ich war allein! Das wird nix mehr zu geben. In dem Moment haben die beide Granaten reinbekommen. Allein, allein. Allein, allein. Ja! Du fällst, Allah! Da ist er! Hallo! Oh! Ich fällst. Ach, ha, ha. Ah, ha, ha. Ich wette, Perpeti wird das nächste Ziel. Nein, wird er leider nicht. Aber er ist fast tot! Er ist wirklich fast tot! Ich bin tot. Ja, ich auch. Ich sehe seine Hand noch. Und Mark Zuckerberg ist auch tot. Was? Mark Zuckerberg. Der Ex-Mensch. Das ist jetzt... das ist jetzt ein Witz. Warum? Ja, kann ja sein, dass der wirklich jetzt irgendwie gestorben ist. Er meinte Bosk, weil... Achso, ach... Komm, er ist fast down. Da fehler, ja genau, da fehler. Ungesiegbar sein Vater, alter. Was ist los? Ey, ich sterbe halt immer im Kettenblitz. Ah, ich bin das Ziel. Das ist kein Kettenbrief, weißt du? Ich habe den Kettenbrief nicht weitergeschickt. Jetzt sterbe ich am Kettenblitz. Könnt ihr mal über diesen voll lustigen Witz lachen? Danke. Danke. Lieber gehe ich in Hamburg auf den Strich anschaffen, als über so'n Witz zu lachen. Hier ist schon wieder der Imperator. Ich sterbe schon wieder am Kettenblitz. Es ist... es ist so ekelhaft. Keine Sorge. Hier ist schon wieder der Imperator. Boss ist hier vorne. Boss ist richtig down. So. Aua! Nein! Aber ich hatte ihn fast. Ey, die Alufrau hat ihre Mikrowelle mitgebracht. Schieß auf mich, Junge. Ja, komm. Ja, kommt alle auf mich drauf. Kommt alle rauf! Den hinten, weiser. Ja, ich sehe schon wieder die ganzen Gegner. Hilfe, 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 Hilfe. Hanzo Olo hinter dir, Hanzo Olo hinter dir, Hanzo Olo hinter dir, Hanzo Olo hinter dir. Das tut so weh. Aber Hanzo Olo... Oh, die Starfader! Oh, die Starfader! Oh, die Starfader! Oh, nein! Warum ist der so... Ich bin doch... Ich bin doch Hanzo... Äh, Lando Carissa. Warum ist Starfader schneller als ich? Oh, Attacke! Hintergrund hört man Wookie schreien. Bersi eine Mücke geben. Ja, Bersi ist low. Bersi ist, äh, das nächste Ziel. Ja, und sie ist low. Hab sie! Nice! Oh, oh, oh! Fünf Kopfschüsse! Hilfe, ich bin das nächste Ziel und hier sind alle. Ich glaube, du wirst vorher erledigt. Ja, klingt fast so aus. Ich hab ihn noch gestunnt und hat mich trotzdem noch gekillt. Wie? Wie? Wieso spawn ich immer da, wo keiner ist? Ich mein, ist eigentlich gut, damit ich nicht sofort spawne. Das ist die Vergewohltätigungshöhle. Kennst du die nicht? Vergewohltätigung, Vergewohltätigung, Vergewohltätigung. Ja, je. Vergewohltätigung? Ja. Kann ich bitte auf Platz 2 noch rutschen? Das wäre sensationell. Ich würde mir sehr gefallen. Wieso bin ich das an der Linkseite? Ja, ich weiß. Können wir erstmal noch ein paar Kills machen, damit ich... Ich muss mal eben kurz... Au! Das war schön. Das hat mir gefallen. Mir gefällt das gerade gar nicht. Bin ich gern letzter. Autsch. Boss hat mich getötet. Habe ich sie weggeschäppert? Was ist da los? Was ist los? Nicht random. Verwader. Oh! Ich muss mal auf weiter klicken, ja? Ja. Oh, ist das warm. Ja, das ist auf Tatooine oft so. Ja. Ich bin Kaltblüter. Das ist okay. Oder meinst du, die haben keine Klima? Nee, ich glaube nicht das Ziel. Ja, prima. Oh! Oh, schön, 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 schön. Oh ja, das ist echt schön. Oh, yes. Oh, yes. Er ist fast down. Ja, er ist... Er ist down. Papi! Ja, ich sterbe jetzt trotzdem. Schön. Oh! Hab ich Luke noch gekriegt? Loi? Hab Ray noch fertig gemacht. Ja, hab ich. Allemann zu haaaan! Oh nein, da ist eine Detonit-Ladung. Achtung. Oh ja. In a trap. Bei mir ist Ray. Schön. Ich muss auch nur hinhalten. Easy. In der Eins geht das doch ganz gut. Easy, Leute. Meine Granaten haben sich voll verpackt. Was soll'n' das? Ich lauf' mal mit, darf' mal mit. Hallo. Hoi. Hauptsache Alessio geht's gut. So lang ist Alessio eigentlich nicht. Aber der überlebt ganz schön lang, ne? Ja genau, jetzt, jetzt, wenn wir kommen. So knapp. So knapp. Wind. Alter, das sind die Schredder hier. Sind alle tot? Ja. Ich bin erzielt. Ich habe mich gerade in dieser, in diesem Schacht zum Rancor mit Luke Skywalker gegenseitig verprügelt. Geht mit Spacke aus mal, ja, ne? Wir haben einfach nichts gesehen mehr voneinander. Ja. Easy. Hilfe Yoda. Geht kurz weg. Nein! Yoda, nein! Verdammt. Höhen gesegelt. Ich finde, die sind F-Skill von Darth Maul. Super stark, Alter. Macht richtig übel Schaden. F-Skill? Du meinst, die sind Wirbel? Ja. Dann einen hinterher. Ah, shit. Höhen! Nice. Der war ja so low, das wusste ich gar nicht. Ich sag doch, was schickt mir den Scheißer zu mir her? Boah, hat der mich weggesch... Was macht ihr da hinten mit Solo? Warme Kerl. Gar nicht. Bam, 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 bam. Wir spielen nur. Bum, 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 bum. Ist Ray jetzt im Ernst hinter... Die sind im Ernst hinterher geschwungen, die Dummratze. Habe ich ihn noch besiegt? Er hat 5 Leben. Luke Skywalker hat 5 Leben. Boah. Danke, danke vielmals. Nicht unser Target, ne? Wo sind die denn? Und mein Rancor. Oh. Boom. Cowards. Cowards. Los. Ja, easy, ne? Na komm, den kriegen wir. Mach den tot jetzt! Bam, 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 bam. Eliminated. Oh! Ah, Gott sei Dank. Ja. Leichter Vorsprung. Da ist der Giga auch Platz 1. Leichter Vorsprung. 5000 Punkte. Alter. Und wieso bin ich denn schon wieder Letzter? Und übrigens guck mal Dennis, mit welchem Held. Alter, mit fucking Mark Zuckerberg auch noch. Und Leute, wenn's euch gefallen hat, Daumen nach oben verlassen. Das war's mit Battlefront für heute. Und dann... Adios. Tschüss. Glückwunsch.